hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft stoneblock 3 ich habe hier mal ein bisschen erweitert und zwar habe ich mir hier noch mal eine unendliche wasserquelle hingemacht habe mir hier noch drei weitere ok barrels hingestellt habe eine weitere kiste gebaut und habe mir hier einen mesh mit ja mit ja kann ich das nämlich kompressten kompresstes zeug kann ich sieben und dann möchte ich nämlich jetzt mal gucken was ich da rausbekommen ich komme bekomme irgendwie viel raus was ist das nickel ohr silber ohr gold ohr sulfur also das war jetzt mit gravel okay das kommt auch hier unten hin da mache ich das mal hierhin gold zink uranium led nickel ganze gedönes kommt hier renn ist das über kein diamant apatit kommt auch hier in sinne war okay was aber hier aus mir um kupfer eisen nita also kupfer und eisen habe ich abgebaut in der meinung der menschen und ansonsten habe ich hier noch kohle ja mal reinschmeißen so ich habe nämlich für die dinger für die sieht prex habe ich ton gebraucht so ganz 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 viel ton weil ich möchte nämlich eine schmelze bauen hier kommt lava raus also ein labereimer habe ich schon dann würde ich jetzt mal das da hinten hin verlegen sicher ist sicher so dann kommt hier die laber hin und jetzt brauche ich das ding ab oder nicht nehmen zuerst die laber raus es ist immer noch laber drin was ist wenn ich den abbaue ist dann immer noch laber drin sieht wohl nicht so aus aber laber ist halt eine bessere hitzequelle und von daher naja ich das ding jetzt mal dahin da kommt jetzt kabels down ok so müsste das um einiges schneller gehen sieht man es hat nicht 20 minuten gedauert bis es anfängt es dauert weniger also ich krieg hier laber raus jetzt ist das problem mit denen was war das mit den dingern ne cobblestone generator auch ein labereimer ich brauche ein wasser eimer so ich dann die eimer zurück weil ich habe kein so iron ohr pieces die würde ich mal behalten den kopper schmeiße ich mal raus so iron ohr pieces was kann ich mit denen machen war nix ne zusammen zusammen geben die also das war gravel 7 gibt eisen gut haben wir noch gravel gravel ja nicht mehr allzu viel aber stein ist jede menge haben okay gut stein haben wir ohne ende dann mache ich mal schnell noch ein bisschen gravel indem ich das wieder hier hin platziere und dann mit meinem hammer drauf klopfen als allererstes kommt ja gravel raus wer hat das immer gesagt gravel ich komme jetzt nicht auf den namen ihr wisst aber bestimmt wenig meine gomme war das ja gomme hat immer gravel statt gravel gesagt gomme dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört dann machen wir hier mal ein bisschen gravel eine bekommen wir ja ohne ende so ist das der hammer oder ist es nein das ist der hellere hammer der ist es gravel mir gefällt mir gefällt es gravel gravel stone was ist unser gravel da so haben wir noch mehr oder es ist genau aufgegangen durch sieben ich brauche mehr reisen ich denke da noch aus ich glaube ich ist das ein diamant ist das ein diamant ich krieg da diamanten raus und das wäre echt heavy nämlich ohne die schmelze so apatit gold copper iron ober will ich hier behalten silber led uranium zinc nickel lichter noch was ja da liegt einiges diamonds ah forever forever emerald diamant niter wieder raus alles wieder raus so reisen kann auch mal raus damit ich das hier einsammeln kann okay super das ist ja echt das ist ja echt hammer also ich krieg durch gravel krieg diamanten raus sollte man sich mal merken so flint kann auch raus so dann siebe ich mal sand durch was krieg ich denn da raus also komprimierter sand nix 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 oder so schauen wir mal was das aha da krieg ich also wenn ich sand durchsiebe bekomme ich hier essenssachen durch das hier coco beans so das war es schon war das alles das ist echt alles so sinnebarn noch mal raus kohle ach kohle habe ich bestimmt auch bekommen er kann hier rennen was ist was passiert wenn ich kohle brenne moment 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 was ist das grafit ah okay das sollte man mal im hinterkopf behalten alles klar so wie sieht es hier aus hier ist laber drin das ging jetzt richtig flott voll machen prima aber ich brauche hier eisen also gucken wir mal eisen 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 zink aluminium copper tin und das letzte was ich anklicke nickel aluminium iron ok iron so ne kriege ich drei stück raus drei stück ist nicht viel wo sind sie wo sind sie sie sind weg iron over pieces wo sind die hin ich jetzt irre wo sind die denn hin bin ich aufgenommen ach ich stich drei iron ohr raus ja was sagt das doch grafit bar drei stück okay so hier drei eisen dann kann ich mir nämlich noch mal ähm wie sagst du mir einen wasser einmal machen mal schön auffüllen funktioniert ganz gut ne der tank ist jetzt was weiß ich ein drittel voll wie viel pasta renn ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung so bei eisen hab ich mach ich mir schnell noch einen eimer äh ne gar fit ich brauche dringend bessere sachen zum um das hier zu ordnen ich muss gleich mal gucken wie das geht so wasser einmal okay dann mh was war das was ich bauen sollte es war ein äh cobblestone generator ne vielleicht generator eingehen generator cobblestone generator müsste auch hier dabei sein äh ne wieso nicht dann gucke ich da nochmal nach ähm koppel genti 1 koppel genti 1 heißt der der heißt koppel genti 1 mh probiere ich das mal koppel koppel gen hier 1 dann müsste er hier sein ne so aber mir fehlt noch glas ok glas glas kriege ich hin so unser sand kommt hier rennen dann machen wir ein bisschen glas glas ist am start so koppel genti 1 zack ok jetzt sehe ich gleich ob meine eimer noch da sind oder nicht die sind noch da boah das ist hervorragend das ist echt hervorragend so dann brauchen wir koppel genti 2 brauche ich den koppelston achso oder einmal wasser einmal lava wow wow koppel genti 2 habe ich tada so koppel genti 3 ist mit eisen das kann ich noch nicht machen das ist doof so grafittbaren die strings nee iron pieces ja salz salz obwohl salz ja hierin gehört ne salz ist ein mineral also kann so bleiben glas weg oh da ist noch kupfer das geschmolzen werden will so dann haben wir noch compressed dirt habe ich jetzt auch noch nicht durchgesiebt was habe ich da gekriegt essenssachen oder melonen wheat seed beetroot carrots pumpkin sugar cane burn potato oh potato sehr gut potato ist in ordnung so stone peplet jungle seed blackstone peplet äh sonst noch irgendwo ein sieht nee dann kommt da tierin das das und das äh stone peplet tierin bitte eine wolle wann habe ich die denn gebaut so das mit dem ich brauche dringend aber dringend brauche ich hier Platz und zwar wie mache ich das kriege ich ich gucke mal eben ähm was ist hier noch sugar cane seed ja genau können wir machen da noch einer hin und da war noch einer also sugar cane seed das war so ein ach ne da da sugar cane seed genau brauche ich das ding dahin gebaut kann ich dich abbauen irgendwie ne brauche ich da eine axt für stimmt genau bambus brauche ich im moment noch nicht so also sugar cane und sugar cane und sugar cane sehr gut jetzt weiter im text ich brauchte ähm wie war das seared bricks seared bricks is seared bricks genau davon brauche ich die jetzt stone nein ich brauche bricks 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 sie hat klasse okay ich brauche bricks die habe ich ja gemacht okay ja dazu brauchte ich crude i am crude sand gravel und clay genau so und jetzt wollte ich nämlich dieses ding aufbauen aber was genau brauchte ich dazu ich brauche einen heater den brauchte ich auf jeden fall so äh heater ist das richtig ja ich brauche einen heater so dann brauchte ich ich brauche auf jeden fall das ding noch so casting was hängen okay dann brauchte ich das noch oh man jetzt sind gleich meine ganzen steine schon wieder weg ich hätte vielleicht zuerst mal das ding aufbauen sollen oder mhm seared bricks so den Rest mache ich jetzt mal seared stone seared cobblestone zu seared nee das das ist dann falsch seared bricks seared bricks stairs nee das habe ich nicht gebraucht was brauche ich denn dazu seared stone seared cobblestone wie mache ich den ja den kann ich nur schmelzen das ist doch schon mal falsch was hier fuel tank ja den brauche ich was fehlt mir ein gefärbtes glas nicht dein ernst habe ich glas weggepackt ich hatte doch ja da ist es ja gut äh sie hat melter sachen gibt's äh äh sie hat inge tank nein nee nee was ist denn jetzt hin was ist hin das habe ich das habe ich ich brauchte noch äh ausguss ja klar brauche ich auch zwei stück und jetzt habe ich doch ich habe noch tank glas was denn der tank schute man fuel tank ist er das mach ich mal und dann versuche ich mal die dinger hier so zu genau die heißen die pricks sehr seltsam aber 11 werden nicht reichen also mache ich hier noch ein bisschen äh gravel ich werde gravel dann zu dust umwandeln und 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 okay moment kappel zum generator kann ich den irgendwie benutzen vielleicht und immer dahin so ja das ist schön er hat kein inventar nix produziert er was kappel for days no tool was macht der denn kann der was kann der was echt ich habe so ein ding gebaut was nix kann dann holen wir uns mal unsere tasks ab so das war das dann haben wir den gebaut und als nächstes kam der weiß aber nix damit mit anzufangen stone barrel ok stone barrel die war das stone barrel 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 stone barrel ich habe keine slaps ich habe keine slaps ok dann machen wir mal ein paar slaps noch so dann müsste das doch klappen so ich mache eine stone barrel ok was auch immer ich damit jetzt machen kann ich stelle die mal irgendwo hin irgendwo ist gut also hier zu den stunden wenn ich sicher aber ich glaube die könnte man auch erhitzen und dann kann man da irgendwas dran machen ich muss mich da schlau machen noch schlauer als ich jetzt aber hier kommt noch koppel darin das ist ja noch nicht voll nur ein drittel gut und ich habe noch 26 und den okay mich 17 das sind nur drei das wird nicht funktionieren wie gesagt ich mache jetzt aus dem ganzen kappel stund noch mal gravel dann mache ich ton also das kann ein bisschen dauern so dann machen wir mal ein bisschen ton und ich habe das ja noch nicht gezeigt das kommt hier in die oberen sind spannend dass sie auch ja dann hier was drin und dann automatisch zu kleid auch was dir da hinten um springt alles mit rechts klick daneben daneben so wie viel ton habe ich denn jetzt 20 auch so 37 so ist der plan okay also da hinten in dem bell barrel geht es auch okay so die 37 kommen jetzt hier dazu falsch 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 ganz falsch ganz falsch ganz 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 falsch ich muss die erst umwandeln in zu tun so was werfen wir jetzt hier raus koppel und koppel okidoki so jetzt müssen die hier hin ich habe vergessen das ich ja vier stück rauskrieg So, dann Das war das letzte Das war Sand Also hier noch Sand dazu Dann kriege ich hier Grut raus Ich bin Grut Aber ich muss noch ein bisschen Sand farmen Das war's Sand drin Okay, 47 64 Ja, okay Grut Ich bin Ich hab's schon gesagt Wird gebrannt Wird gebrannt Gut Dann war's das für heute Oh ja, schon 24 Minuten So lange wollte ich nie machen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir sehen uns dann Ich sag morgen Ja, vielleicht Gehabt euch gut Und Tschüss Tschüss